Hehehehe Das letzte hier eigentlich nicht Außer du Außer du Hallo, kann ich mal auf meinen scheiß Kanal gehen? Wie geht denn das hier? Ich verstehe YouTube nicht mehr Wie kann doch das denn hier? Der Punkt ist doch kleiner Wieso kann ich denn nicht mehr auf meinen scheiß Kanal gehen? Was ist denn hier? Jetzt geht man ein bisschen auf den Tisch gerade Electronic Games Aua! Ach Wie spießt man die denn? High-Kaliber Lumberal? Ist das eine Idee? Schaff Großkaliber Lumberal? Nee, oder? Ah nein, ich würde da jetzt keine scheiße sagen Ich weiß es nicht, ich spiel vor dem Film und dann Das war's für mich Ist halt mal ein Rapid Fire aufs Spiel? Ich weiß es nicht Ich fühl mich ja richtig verloren Ich sag's auch mal kurz Ich weiß es nicht, Bruder, ich spiel VP Und dann war's das für mich Ja Ja Du bist so einer Ja 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 Muss ja schließlich Oh, nee, 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 nicht Twitch Ist schon YouTube? Schaut YouTube Das wird ganz komisch, ey Äh, das würde ich mal Ich öffne kurz neue Kisten Den lass ich dann erstmal so Hä, wie ging das nochmal? Man kann doch irgendwelche Kisten eintauschen, oder nicht? Man kann doch so drei Kisten für eine kranke Kiste oder so tauschen, oder geht das nicht mehr? Äh, sechs für eine, äh, non-duplicate Wo geht das nochmal? Da, direkt, nee, jetzt Cursor nach rechts Ach, bin ich dumm Guck, dass ich deinen Stream noch offen hatte Und seh, dass du noch auf dem richtigen Screen bist, ey Oh, Mann, Alter Blät wieder auf, Scheiße, ey Ist das dumm, Alter Hehehe Scheiße, ich Nicht mehr nur mal da irgendwo Die öffnen es jetzt auch Oh, Lobby kann nicht schon mit dem ersten Diss Oh, Jules, hab ich schon wieder keinen Bock Muss jetzt eigentlich das Game restarten? Ja, ich hab keine Visitenkarten, kann nicht schon Ach, aber nicht Ach, Mann, Alter Nur weil du wieder hier streamen musst Wenn man sich im Stream nicht hört, dann bin ich sauer Äh, ich hoffe nicht Aber ich hab's wahrscheinlich an So, äh, live, ja Gut Gut, gut, gut Junge, die PS4 vibriert so hart, ne? Mein ganzer Tisch wackelt Split... was? Bei mir steht eiskalt Split-Screen-Controller hinzufügen Ich hab hier keinen anderen Controller, glaub ich Das ist eine Stammnachricht hier Also ohne kann ich es spielen Split-Screen-Controller, kann man, kann man Split-Screen spielen, Bio 4? Ja Ja, ist der sick Steht da auf jeden Fall, da steht bei mir Split-Screen-Controller Weiß ich nicht, ich hab noch nie einen zweiten Controller an gehabt Ja, ich wüsste grad auch nicht, wo ich einen an hab, also Ich weiß nicht mal, wo ich den roten hab, alter Ich hab ja nur noch zwei Oder liegt der da hin? Ich wüsste nicht Ich hab auch zwei Aber der, wenn ich den anderen anschalte, geht meine PS3 an Ich hab eigentlich vier Ich weiß nur nicht mehr, wo der originale schwarz ist Keine Ahnung Oh lol Du hast aber vollkommen recht Steht bei mir auch da Ähm Ich weiß weder, wo der originale schwarz ist, noch wo der rot ist Oder liegt der hier irgendwo im Müll? Ne Okay Keine Ahnung Ist grad echt gruselig Und mein anderer Scuff-Controller ist tatsächlich kaputt Da ging ja gar nichts mehr Ist paar mal geflogen und dann war's das Muss noch Schärfen machen oder bist du schon bereit? Ich bin bereit Super Die Vape hab ich gemacht, bevor ich neue Schlörter hab Da freu ich mir Flo Der hat Freude mir auch Herr Siggi Ähm Loot klauen Äh Ist das ne Option für ne SG 12? Ooooooo Ja Ich brauch nur 25 jetzt schon ich weiß nicht, wo du die Motivation her nimmst diese scheiß Waffen, aber was... Seh ich motiviert aus, Junge? Oh my god! Seh ich irgendwo motiviert aus? Das kann ich nicht beantworten, ich seh dich nicht. 25 Headshots, ich will mir am besten über das Leben nehmen. So mit Drecksrotz, Alter. Deswegen wird immer schöner Profit ausgewählt, mit der VMP und dann war's das für mich. Aber ich brauche Abwechslung, ich kann nicht immer die gleichen Waffen spielen. Ja, hab ich schon zu lange in BO2 gemacht, das geht auch nicht nur um BO4. Ja, nee, das ist die einzige Waffe, mit der ich noch ansatzweise irgendwas, weißt du, treffe. Ja, aber Abwechslung, ob man scheiß ist oder nicht, ich bin scheiß mit jeder Waffe. Ja, ich auch, aber verstehst du, ich meine, ich bin ein Problem. Nee, halt echt nicht. Ich hoffe, es lag richtig hart. Oh mein Gott, Alter. Ich hab keinen Entschuld. Das war eine andere Definition von Vergewaltigung gerade, was ich nicht mehr gemacht habe. Oh, ich bin nicht. Das war eine Vergewaltigung. Junge. Ich habe keine Karten, hallo. Lass mich da mal in Ruhe bauen. Wir sind nichts für Gegner in meiner Nähe, die ich pumpen kann. Ich kann hinter uns, naja. Ich leide doch. Ich bin Bock nicht. Das kann was werden, die ohne... Ich habe jetzt schon mehr keinen Bock mehr auf mich, klar. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal lieber nach unten. Hä? Wo ist denn der? Der ist raus, du warst. War hier einer oben im Fenster? Ja, der ist raus, den habe ich jetzt gerade geholt. Der ist, äh... Oh, is ja, scheiße. Nein, 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 nein. Also, Aim habe ich wirklich gerade gar nicht mal so beschissen. Ich habe nur keine Reflexe. Ich sage, ich habe keinen beschissenensten Aim, weißt du, wo ich gerade in-game-tabloh. Ich habe zwei Leute komplett One-Shot geschwollert. Wo? Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Hinter uns. Hör auf, hör auf. Wir haben alles unter Kontrolle, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe gar kein gutes Aim. Ich glaube, ich gehe meine Hände verkaufen auf Ebay. Verkaufen, was ich jetzt um die Meldung kriege, für die Drex-Hände, die ich verschenke. Oh, oh, oh. Oh, links am Auto ist der Reaper One-Hit. Ja, ich habe den anderen geholt. Nicht den Reaper, den anderen. Oh, 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 oh. Ich hätte ihn einfach nicht out-theim gesagt nein. Oh, 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 oh. De, ich kann mal ganz entspannt nachladen, Alter. So, ganz entspannt nachladen. Hatte dich? Nein. Gleich, aber nach, Junge, ich werde dir von 8 Seiten wieder angefickt. mach scheiße ich habe länger überlebt als ich dachte ich komme nicht durch alle die sind alle am 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 lames aber eben ich glaube du warst das letzte mal da nicht online und ich habe mit david gezockt und ach ja genau david nicht haben sie sehr gut möglich wir haben 2v2 gemacht ok und ich so Junge du kannst nicht weil er so lass mal 2v2 gegen die zwei da machen haben wir schon mal 1 gegen gemacht wir haben den Fall aufs Maul gegeben ich kann jetzt kein 2v2 mit mir machen keine ahnung ich kann es einfach nicht mehr als Jungfrau in dem Spiel er wollte aber trotzdem eins machen er so ja ist doch egal ist doch nur just for fun mir das gemacht und nach der Runde sagt er nur so dumme was ist mit dir passiert was ist mit dir passiert warum bist du so scheiße geworden das ist keine ausrede dass ich glaube ich war acht jahre nicht mehr online weil er ja auch nicht vorher recht hab aber ich habe einen kill gemacht mit meiner Nelson insane ich brauchte drei feee das ist vollidioten oh ne 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 wo ist der hallo nein oh ist mal hinter dem das schmeckt schmeckt vielleicht doch nicht weil ich schlecht bin so es kann das kann sich wirklich kein mensch angucken gerade Alter was passiert hier mein Mail bitte gib ihm hallo hab ich kein Auto ey ich krieg so auf die Fresse das kann doch nicht sein nein 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 irgendwo läuft ihr locations es gibt ja genau das wollen ich habe für die Wesendung hätte man auch sagen können er möglich wa ich könnte ich keine headshot sind ihre irgend komplett glasered worden Ich erinnere mich noch damals an das 2v2, was wir gespielt hatten. Du und ich gegen David und ich weiß nicht mehr, wer dabei war. Junge, ich hab um meine Mutters Ehre geschwitzt. Und trotzdem haben wir verkackt, glaube ich. Das war trotzdem schon echt funny, also so unter uns so. Ja, das hat er auch gewockt, weil da hab ich auch noch irgendwie was getroffen und mal einen Kill gemacht. Aber ich schwöre dir, Flo, in dem 2v2 da letztes Mal, äh letztes Mal, was ist denn hier mit mir? Ich hab, glaube ich, wirklich, wenn's hochkommt, 2 Kills gehabt und 80 Tote oder so, keinen Scheiß. Ich hab's so auf die Fresse gekommen. Ja, aber... Nee, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Stört ja nicht, wenn man so... Also, ich sag... Keine Ahnung, nicht gegen Random spielt, dann stört das halt auch nicht. Von mir aus kann ich auch small kassieren. Die waren halt auch gut schon, da kommen wir auf eine Frage. Äh... Ich wollt' ich nicht sagen. Der Weg ist halt so gut. Äh... Ich moh' frühstisch das halt nicht klar. Äh... Mom, was wollt' ich denn jetzt sagen, alter? Ach so, wär' ich früher, also wär' das früher passiert so. Ich weiß nicht, ob du die Phase noch mitbekommen hast bei mir, wo ich mich immer komplett ausgerasset bin, wenn ich storben bin. Weiß nicht. Ähm... Weiß ich nicht, ob ich da noch... Ich hab' fast kassiert. Ich hab' noch zum 3 rumgekommen. Ich hab' letztens erlebt, wie David die ganze Zeit ausgerasset ist. Ich hab' schon noch. Das war ja früher auch mal schlimmer so. Aber ich schrei' ja gar nicht mehr, wenn man nicht mehr war. Äh... Äh... Noch, Digga... Das kann noch nicht. Und... Au, ich bin... Ich hab' 32 Leute getötet mit dem Ding. Ich weiß schon nicht aus. Das Einzige, was ich dann sage. So ein Digga, das kann doch nicht sein. Okay. Komm bitte, dass ich... War ich schon in der Killcamp? Ich weiß nicht. Ich war definitiv drin, glaube ich. Vielleicht komm' ich auch zweimal. Bin scheiße in dem Game. Ich komm' ja auch mit dem Killcamp. Da war ich. Da war ich. Ach, das war der Reaper, gegen den ich gestorben bin. Weil du den anderen holen wolltest. War das nicht die Killcamp? Ja, ich glaub' schon. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ach ja... Ja, aber ich mein... Stell' vor, man hätt' jetzt sagt Meta und so... Ja, ich hätt' das auch gern. Irgendwo. Die fehlt dir auch gar nicht mal so viel. Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Den Knife hast du ja, glaube ich, sogar schon fertig. Was fehlt denn dir? Boah, Junge, frag mich doch nicht. Also, dir fehlt definitiv die SG-12. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was dir noch fehlt. Die Pistolen fehlen mir noch, Digga. Ich hab' gar keinen Bock drauf. Nee, Alter, da seh' ich mich wirklich gar nicht bei den scheiß Pistols. Ich hab' einen Headshot gemacht, Digga. Ich hab' einen Headshot gemacht, Digga. Ich hab' einen Headshot gemacht, Digga. Naja, Heide... Die hab' ich nicht einmal angepasst. Nee, die musst du ja auch nicht machen. DLC-Waffen musst du nicht beantworten. Stimmt, stimmt, stimmt. Werfer hab' ich, glaub' ich, auf Gold. Ja, ja. Werfer hast du, das weiß ich. Den hast du sogar vor mir. Oh, Mann. Und Nahkampf... Ja, Nive hab' ich, glaub' ich, auch... Nein, hab' ich nicht. Was fehlt mir hier? Hattest du nicht? Verräter-Medaillen fehlen mir. Fünf Verräter-Medaillen. Wie Verräter-Medaillen? Wie kann dir denn sowas fehlen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die anderen Sachen... Nicht blutrünstig oder so? Fünf Kills ohne Sterben? Nee. Ah, ja. Was soll ich machen? Verräter-Medaillen. Äh, fehlen mir noch... Boah, ich weiß es nicht, Alter. Ne, ich glaub' Sturmgewehre hab' ich. Äh, MPs hab' ich. Ja, ja. Sniper noch nicht. Nee, ich glaub' nicht. Nee, 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 nee. Sniper hab' ich auch irgendwann aufgegeben, da hatte ich auch keinen Nerv mehr für. Ja, dann war's wahrscheinlich nur die SDN, die gefehlt hat. Obwohl, welche Sniper gibt's denn? Outlaw hast du... Nee, du hast so viel mit Outlaw gespielt, die hast du fertig. Nö, hab' ich nicht. Da fehlen mir auch noch drei Sachen. Ich weiß noch... Oh nein, ich hab' meine VT gelöscht. Ich bin so ein... Ich weiß noch auf Hasienda, als du die Outlaw gespielt hast. Hattest du ja... Hast du nicht sogar ein Highlighter von Outlaw? Ja... Ja, 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 ja. Tatsache hab' ich. Da hast du schon noch ne gute, 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 ähm... Reingedings. Da hab' ich gut reingedings. Das ist vollkommen recht. Äh... Dein Channel geöffnet. Ist ekelhaft. Das waren ja... Oh, Junge, ich hab' mir auch letztes... In den letzten Streams. Ja, doch, letztes Wochenende war das. Da war ich bei meiner Ex und die war mit, äh, Freunden unterwegs, so. Und dachte ich so, guck' ich mal wieder bei meinem... Dings hier vorbei. Bei meinem... Scheiß YouTube-Kanal. Ich hab' mir so viele Videos reingezimmert. Das hat so gebockt, Alter. Die alten Seiten. Ich hab' gepisst, Junge. Ich schwöre, das war so geil. Auch die ganzen Sachen da mit, äh, Julian und Laura und so. Und, äh, Junge, Alter. Wo die noch zusammen waren. Das ist ja auch schon acht Jahre her. Gefühlt. Sind die eigentlich noch... Also... In Kontakt, oder ist komplett weg? Julian und Laura, weiß ich nicht. Hab' auch nicht mehr so krass Kontakt zu der... Schreib' ab und zu mal so kurz, wie's der geht. Oder sie frag' wie's mir geht. Dann schickt man sich irgendwelche dummen TikToks. Mehr Kontakt hab' ich zu der auch nicht. Boah, wie hab' ich denn meine VMP jetzt gespielt? Ich weiß es doch nicht mehr. Aber kann's sein, dass so ne Menge Videos nicht mehr auf dem Channel ist? Kann das sein? Ja, ich hab' sehr viel runtergenommen, weil mir sehr vieles auch ultrapeinlich ist. Ja, wie zum Beispiel die, die, die Clips, glaub' ich, oder? Von... BR4? Achja, ich hab' das meiste eigentlich runtergenommen, wo wir reden, weil... Weiß' ich nicht, ich kann mir vor wie ein zwölfjähriges... Opferkind, Alter. Dann mach' einfach aus, dass man Stimmen hört und dann ist die Sache gegessen. Ja, machen die Videos aber keinen Sinn mehr, Alter. Wenn ich da Funny Moments in Fortnite und FIFA hab' Das, was ich da in die Gruppe geschickt hab', da hab' ich jetzt... Nee, aber für so Clips, so... Wie, wie, zwei Sniper-Clip. Als wenn du da gelabert hast. Hä, den hab' ich aber nicht runtergenommen, glaub' ich. Nee, nee, der ist noch da. Ja, ja. Deswegen hab' ich... Ist mir der ja auch eingefallen, weil den seh' ich grad. Hm, ich hab' nur so... Boah, dein ganzes Team zerstört. Ja, ich hab' auch recht viele Stream-Sachen runtergenommen, weil... Nee, den nicht. Ja, außer halt die letzten Streams, aber das ist halt... Streams, die Streams. Ja, Junge, ja. Okay, ein Jahr, Nevermind. Ist schon doch ein bisschen länger, ja. Junge, mich hört der Kamera halt nicht mehr. So gar nicht mehr. Ja. Ja. Hier gibt's ja auch ab und zu 8 Minuten Streams. Ja. Kein Bock mehr, Alter, ich mach' auch was. Ich mach' Stream, Mann. Ach, scheiße, Legs, kein Bock mehr. Hahaha. Ja, ich bin so... Scheiße, Alter. Ich will die guten Fortnite-Zeiten wieder, und die alle... Ach so, meinst du, meinst du mit, äh, hier... Die meinte doch irgendwie, so ein Mädchen mit von 20 Jungs oder so, äh, vergewaltigt und dann... Vergewaltigt die, die doch alle 20 Mal schwimmen, oder so. Weißt du noch den Namen? Oh, Bruder. Ach ja, ich weiß was, warte, äh, boah, warte kurz. Ich lass mich kurz überlegen, ich schreib dir den Namen gleich. Da fällt mir gleich Selfie da ein. Ja, irgend so'n Film, ach, Bruder, hä? Hä, Bruder, du hast das doch abfotografiert, oder nicht? Ist der dumm? Ähm. Oh, wie hieß denn dieser dreckige Film? Irgendwas mit S. Ach so, du meinst den Buchstaben S, ey. Ist ja noch schlimmer. Irgendwas mit S. Mal gucken, wie viele Filme es mit S gibt, oder? Ach nee, Bruder, das war Split, das war der mit dem, mit dem, mit dem Typen, der so voll viele Persönlichkeiten hat, ne? Ne, dann weiß ich doch nicht mehr, wie der heißt. Ne, dann weiß ich Eiskalt doch nicht mehr, wie der heißt. Hehehehehehe. Ech, hoho. Hoho. Hehehehe. Okay. Ready to rumble, ich auch. Hohoho. 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 Drogen wir ein bisschen aufhören, so geistig behindert, also nach meinem innen. Okay. Wir werden einsam und alleine sterben, wenn wir Weitkommen getrunken sind. Hehehehe. Aia, Schäde. Oder wir in einer Dreier-WG, du David und ich. Actually, David. Nee, David ist. Ja, David ist eh eh schon weg. David hat eine Freundin. David ist groß. Also mein größten Respekt, dass Regina bei ihm bleibt. Also, wirklich. Holt sie euch schon, bevor sie euch holen? Ja, nö, freut mich schon voll für den. Hachgejoint? Dann werde ich aber fuchsig. Unglücklich. Ich höre eine scheiß Drohne und hier wangst. Ich werde fuchsig. Na, mein Maid ist einfach insane. Ich werde fuchsig. Ich drück mal die falsche Stassen. Pass auf, pass auf, nein. Herr Junge, ich bin noch voll im Gemetzel. Er sagt mir, pass auf. Danke, Flo. Bester Typ, alter. Alter, die Vapor ist gar nicht mal so sche... Also, die Scheiße, aber die ist nicht so scheiße. Hä? Die ist schon scheiße, aber... Ja, also, die ist nicht so... Nicht so, weißt du, welche Waffe fällt mir jetzt ein? Welche Waffe ist richtig scheiße? Was ist das? So, die Waffen in dem Game? Ähm... Ich kann mir keinen Namen nennen. Viele Waffen, die sind nicht gut, aber gibt's scheiß Waffen in dem Game? Ja. Wäre ich ne Waffe? Und dann wird der nicht drin. Junge meine Nerven Entschuldigung also ich glaube ich müsste die mit Rapid Fire spielen oder so Oh der wird mich auseinandernehmen, der hat so fucking schnell Vierecke stammt Wo? Wo du? Warum? Ah ne Flo, ich bin hier weg, das ist nicht so stressig Ja, ich geh hoch Ah, du Nutte alter Da stellt er sein scheiß Schild da auf Er heißt einfach 007 Wie viele Nullen willst du in deinem Namen haben? Ja Ja Oh man Hab ich ja gar nicht vermittelt Aber die Waffe fühlt sich nice an Aber die macht halt keinen Schaden Aber die fühlt sich trotzdem so vom Gefühl her nice an Hallo, was ist denn hier jetzt wieder? Moment Moment, 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 Moment Ich bin sofort da Ich muss noch kurz nen Torc weg sprengen Geht's dem nächsten Vielleicht Ah ne, der ist hier Die hat nicht getroffen Ich bin scheiße in dem Game Ah, ah, oh mein Gott, warum haben wir denn aussteht denn gesagt? Das ist dein Augen Zack Bitte gehören Bitte gehören Habe ich ja, bitte gerne eine Machete Die Deutschlingo ist egal Die 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 deutsche Profi Auf einmal bin ich wieder der schlechteste Spieler Das kann nicht sein Versteht sich Ne, Fickles ist unter dir Das ist sick Nein, bei euch Schon krass, oder? Schon krass, oder? Fauen wir ja nicht mehr Foss ich schon, da ist alle Ich lauf hier eigentlich raus Ihr gebt mir richtig aufs Maul Oh, ich will, ich will da hin Immer hin Moin Moin Moin, Meister Ja, wir sind nicht gestorben, das ist das Recht gewesen, Berater Jetzt hab ich nicht zu mir los Was sind Berater? Was sind denn Berater? Stiertelte, hallo! Huhu! Hallo! Ach Junge Hast du Tempest draus, oder? Nein Nein, Schild, Schild! Hinter dir den Danke Ich hab ihn Danke Ich hätte tot gebuscht Ich war gerade Also geht Tempest nicht durch Schild, ja? Flo Ja Ja, ich hab einen Huhu! Ich hab einen Blitzschlag Das hab ich noch nie Lass mich in Ruhe, bitte Ey, wieso sind sie denn so kacke? Ich bin auf 10er, hä? Wie, du bist auf 10er? Bruder Ich hätte auch höhere Schlüschen nehmen können Ich weiß gleich Red die ganze Zeit von der Scheiß und auf einmal deine 10er-Street Oh, ich hab den Blitzschlag schon, also woher ich sie bin? Oh, ich hab den Blitzschlag schon, also woher ich sie bin? Oh, doch nicht Danke für deinen Blitzschlag, der war insane Ja, der dritte wollte mich grad richtig hochnehmen Ja, und da sterbe ich kurz vor dem Jugendbruder Ach, Spaß Haben wir jetzt noch 2 Kills? Ich hab keinen Bock mehr Oh Gott Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr 15-5, Alter Oh, ich schütt Oh, der war dann schon wieder auf dem Streak hier Uhhh Ich muss doch heute erstmal höheres Ding personas Ich schieb jetzt kurz vor dem Nolan Ich bin nochmal eine sogenannte Meister Hahaha Aber Vapor könnte mir gefallen Also ich glaub wir spielen noch ein zwei Runden mit der Flo, kennst du das wenn du beim Friseur warst und dir die ganze Zeit weil deine Seiten wieder auf Tammam sind und du die ganze Zeit mit den Haaren und da so drüber gehst mit den Haaren mit Jaa sicher kenn ich das Ist ja auch geil, Alter Ist ja auch geilste! Gibt nichts besseres! Ich würde so frisch geschnitten, Alter! Beste! Beste! Richtig gutes Feeling! I'll get a good feeling! Yeah! Weggrind haben wir! So! Und es ist grind! Tschüss! Seh ich mich auch nicht! Hm... Ach ich kann eh nicht mit Saug... Wo ich kann die... Klasse 4 kann ich weg mal! Die Klasse 4 kann... Ich will auch nicht Wirbelsturm, weil ich hab grad keinen Bock auf Contraband! Was ist ein Wirbelsturm? Ja, hier auch! Jetzt wäre ich fast ohne dich aus der Party gegangen! Äh... Contraband mit Sturm... Scheiße! Ah! Ah! Ich dachte grad, was ist denn Wirbelsturm? WTF? WTF? Raid! Stand Off! Hijacked! Hm, ich glaub man merkt nicht, dass ich Bock auf BO2 hab, oder? Nee nee! Gut eh! Hätt ich nicht herausgefunden... Ich hab Bock auf DOME, Alter! Ich kenn gerade... Oh, peinlich! ich kenne gar keine mw3-maps mehr, bin ich irgendwie geistig behindert ich kenn' dust ah ne, das war Contestrike moment moment, scheiße rück zu, ich will nicht grind spielen, hallo wie heißen die, die, die die kleine da mit der radar station ah ne, das war mw2 warte mal, ich hab die falsche map im kopf aber dome, ja, dome ist gut äh, boah die Milizier gab es auch, ne, die hieß nicht Village, ne, die hieß nicht Village, ne, die Milizier gab es doch, Village ist auch gut, die Schirr war eiskalt war, hieß die doch Village? ja, ja, die ist auch gut, eiskalt boah, ich dachte, ich blamier mich jetzt, wenn ich sage, ja, ey, ich dachte, ich blamier mich vor dir voll, wenn ich sag, ich kenne die Namen nicht mehr ey, ist genauso lust wie ich, geil natürlich kenn' ich die mw3-Maps nicht mehr, ich hab mw3 auch geholt, keine ahnung, zehn Jahre später ey, so ein krank gutes Game, was das denn für ne Rotsmap, eine Alter, ich will keine Deal-Teams, Junge, ey es gibt keine richtig krank geilen Deal-Teams, ne ähm, VO2 zählt nicht, wo, äh, Firing-Range gedingst wurde, alter in VO2 gab's zwei Maps nicht gut, ne, wobei, vielleicht sogar drei sag an, ich will's auch wissen take off take off ich hab mir meine Beinhaare grad anders abgefackelt, Junge, das ist jetzt so krank kahl da die Stelle boah, und das stinkt sogar dann mach lieber komplett und dann fällt das nicht auf mhm, übrigens Lobby-Bug ach, Junge, ich raste hier heute noch aus gleich kommt David wieder, dann haben wir wieder die ganzen Schwitzer in dem Lobby, alter ok, ich hab den Lobby-Bug immer noch, also irgendwie ja, ne, ich nicht, das ist nicht mein Problem, schweiß äh, warte mal bist du mit in den Lobby gekommen? ja, hast hier in der Twi liegt ach Junge, da seh ich doch wieder nichts, ich bin doch so nachtblind, man ähm voll in mein Auge juckt, jetzt werd ich noch weniger sehen was ist der Ekel oft beim Autofahren, ich weißt, ja, Alter wenn du nachtblind bist und nachts Auto fährst Todesurteil du solltest mal die Augen sehen mit den Leuten, mit denen du dann fährst und dann sagt sie so, ah, ich bin übrigens nachtblind hehehe Todesangst in den Augen Ihr habt euer Einsatzbefehle, Soldaten Feindliche Drohne gewonnen ja, ja oh nein, 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 ich wusste es mhm, warum hast du da nicht, äh, reagiert Hauptsache, wir kommen in die Lobby rein und schon fangen die an zu bodyshooten obwohl ich, äh, nicht scoote es steht 30 zu 75 es steht 30 zu 75 ich sag's nochmal Flo 30 zu 77 ja ja, 75, nicht 57 hey Junge, ich lauf hier rum wie der größte Scheiß-Bot Recruit-Bot feindliche Vorratslieferung über uns Junge, äh, das ist gut, dass du das, äh, ergänzt, äh du weißt ja noch ja, komm mal Pure Fire Down ähm ich weiß, als wir gegen Bots gespielt haben gegen Veteranen, Junge den Snipe of Jungle werde ich niemals vergessen oh, lass mal gegen Bots noch snipen, so lange bis dahin kommt gleich gegen Bots oder gegen Veteran-Bots, das ist ja nochmal nur gespielt wir liegen zurück wir liegend zurück ihr wisst was zu tun ist ich treffe an Bots, Junge ich bin froh, wenn ich die scheiß, äh, die Crew-Bots treffe ich treffe ihn gar nicht oh, er geht durch, er geht komplett außen rum wer macht denn sowas ha den hol ich mir nochmal kurz jetzt bitte den Thrasher mich so bumsen, weil ich, äh, der Meinung bin ich, was dir aussehen also mich nicht mehr, ich bin jetzt im Gebäude mich bumst aber was anderes und das ist ganz schön viel Feuer dabei aber du vergisst Flo, eigentlich ist es dem Thrasher sowas von scheißegal, ob du im Haus bist ihr das vollkommen richtig damit dürftest du recht haben ob du auf ne Hochzeit bist das kann die Runde vorbei sein bitte alter, welcher sehr insane du musst sie auch mal spielen, die ist insane gerade so, die ist kacke, aber nicht so kacke boah, Bruder, das ist so gut ja, ne, ich hab dir jetzt anders gespielt ach so ich spiele jetzt ohne Visier mit Schaft, Großkaliber, Longberry und Rapidfire hab ich Killcam nein einen jungen Kunde Bruder, was ist das wieder für ein Bug, alter ich wollt grad sagen, ich hab vier Kills gemacht, wie kann ich Killcam haben steht da unten bei mir ich mein, ein, zwei Szenen hätten von mir auch Killcam sein können aber gut ich hab nen Double Kill dafür, dass ich acht Kills hab aber bei mir war der Cam-Bug, da hat der Fingerzeig nur ne 100 aufgeschoppt gerade so ist so, ok du hast geheult, alter Alter, gegen Bot-Snipern. Wenn ich einen Schuss treffe, dann will ich aber... Dicke. Dicke was? Titten oder was? Weiß ich nicht. Wie, du bist rausgegangen ohne mich? Ja, Flo, ich hab einfach auf Kreis gedrückt. Aber ich muss bei dir rein und du musst hosten. Sonst wird das wirklich nichts, Flo. Ich bin offline gestellt. Ja, ich kann dir doch trotzdem nicht joinen. Nee, aber ich kann dir in beiden. Funktioniert. Da ist doch was. Oh, kann ich jetzt einfach so... Hallo? Hallo? Ja, doch, beitreten. Haha. Hahaha. System ausgedribbelt. Ausgedribbelt, ja. Schön. So welchen Map wollen wir denn spielen, muss ich schon mal ansagen. Äh, ich würd gern Slums spielen. Dann lässt sich einrichten. Äh, das ist soweit okay. Ach, ja. So, du gehst da hin. Ach, Junge, was guck ich überhaupt nicht. Hab doch... Scheiß, das ist einfach klasse. Bomb-Timer. Nee, kann nicht doch. Oh. Plant-Time. 10 Sekunden. Ich muss so eine... Äh, Minimap lasse ich so. Minimap. Äh, Specialist. Ich mach einfach's, äh... Aus. Places. So stehend ist. Ja. Cooldowns. Specialist Weapons und bitte keine Ninebanks. Wieso geht der denn nach oben? Fiegt sich. Oh, why? So. Bot-Settings. Snipen, was du sagst. Ja, hab ich ne Sniper-Klasse? Ja, sicher. Ja, Sigi. Wieso frage ich eigentlich? Bist du ready? Ja. Ja, seh ich n... Guck mal, die sehen alle aus wie ich. 10. Atemlos durch den... Durch den... Ach, Flo, das wird jetzt eine Scheiße. Ich glaub, wir werden das Game sogar verlieren. Er rennt da wieder durch. Bam, bam, bam. Ich krieg keinen Kill mehr. Nee. Das Ehre schwitzen. Nee, nee, nee. Ich glaub, wir werden das Game noch verlieren. Ich glaube... Nicht. Dann musst du aber carry'n. Suchen und zerstören. Du nimmst die Bombe. Flo, ich gelingst, du gehst... Schwarz. Bombe erlangt. Oh, der ja. Dann können... Dann ist wieder keiner links kommen, wenn alle mitzukommen, ne? Au, au, au. Nee, die sind alle links, aber keiner mit... Oh, oh, oh. Hier ist keiner mehr. Ich bin so gut wie tot, wieder. Ey, das war meiner. Ähm, glaub ich nicht. Hab deinen Namen nicht draufgegeben, also... Na, Moment, ich hab einen Kill. Hahaha. Zeig, so'n Ding, oder? Hahaha. Nur noch ein feindlicher Soldat. Nein. Ist meiner. Oh, Flo. Klau doch nicht alle. Ich hab ganze zwei Leute getwittelt. Mit drei Magazinen. Hahaha. Ich bin gestach. Wieder... As always. Er rennt durch. Bamabam. Alle Killzis. Eher so gesagt, ich bin scheiße. Guck mal her. Ich wollte Cyrus treffen. Die lebt immer noch. Oh, Colle. Durch mich durch. Komm mal rum. Das war so wichtig. Oh, Digga. Ich wünsch dir jeden Team Schuss angemacht. Der netz so'n wirklich'n Colleck immer. Ja. Ich wünschte uns es nicht... Also, es ist gut, dass es nicht gemacht wird. Äh... Okay. Nein. Die Üschkele. Ja. Wo sind denn alle? Ja. Ich frag mich, das hält grad auch. Oh. Ach, Junge. Oh, oh. Der eine Pläne sind schon. Kleiner Drive-Buy, Junge. Ach, Junge. Soll ich noch laufen, oder? Das hab ich mir bei der ersten Uhr noch gedacht. Wo ist denn der letzte? Oh, da. Oh. Oh, Gott. Scheiße, Alter. Kann nehmen. Ich auch nicht, Alter. Das tut mir selber weh, zu gucken... Aber der Drive-Buy war nice. Wie, du hast Killcam. Ich hab doch auch einen Kill gemacht. Ja, aber ich hab einen Drive-Buy. Ja, aber ich hab doch auch einen Kill gemacht. Einen. So. Oh, Mann. Oh, Mann. Kurz Facemember geworden. Für die... Für die fünf Sekunden, ja. Guck mal, ich hab eine Drohne. Ladungen erlangt. Sensoren haben viel erfasst. Oh, Mann. Das ist nicht geil. Dann pack ich mir meine Auge raus. Ich brauch eine Drohne über uns. Junge. Oh, und flieg die Rakete. Oh, nee. Zu früh geschossen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hol den doch. Oh, mein Gott. Oh, mein ich soll... Nein. Oh, mein Gott, Digga. Ich bin so überfordert. Doch nicht. Nein. 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 Ich treffe ihn nicht. Ich bin so süß. Ich hatte Drenge. Ich krieg ihn. Nein. Hör auf. Hör auf. Du bist ne Fotze. Oh, Mann. Junge. Als ich dann aus dieser Kamera rauskam. Er hat schon wieder Kälte, ja. Ich hab Lust, wie man die Kälte hat. Alter, ich hab's liegen. Merkst du was? Merkst du was? Ich hab's dir zu viel Stück. Gleich berichtigen wir für alle. Ich wollt grad was böses sagen. Ich glaub, er wird dafür, dass er eine Prezi besser mount hat. Ach, halt mal. Ich hab 10 Marazine verballert für die ganzen Kills. Ja, das sind Glückstreffer bei mir, okay. Von Skill ist hier nicht mehr die Rede. Wer... also wenn das bei mir die Rede wäre. Ja. Äh, ist er hier? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hab ihn. Ich hab'n Held. Ja, Blue ist einer durch. Ich hab' eins Mantis, willst du an? Blue sind zwei... Drei? AAH! Wo kam die denn jetzt her, Alter? Er will... Aua! Hau mal dein Mantis raus. Hau mal dein Mantis raus. Aua! 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 Was war das denn jetzt? Ähm... Inkompetenz. Kannst du wirklich dein Mantis da raushauen? ich wünsche ich hätte meinen aim noch das ist ein Teil davon ich wünschte ich hätte meinen aim auf spiel 2 ich dachte gerade ich hätte fast mein mental rausgehauen oh göttlich den hab ich den hab ich ich kann gerade ausschießen das kann ich 2 geholt jungen jetzt ist 50-50 weggekommen ja ist so okay da und er geht direkt nicht für 50 zack zack so zack geht da schon sein Treffer bumm jungen zack 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 lokom m ich lasse es lieber das wird nicht gut doch doch oh god doch doch happen ach junge alter was war und das jetzt pre investigation ich weiß auch, woran hat's gewesen? Wo kommt die denn her? Naja Okay, ich weiß, warum ich Koschka nicht mag Dort sind alle auf dem Fleck, Alter Schmeckt Die muss man da Hallo, wo? Junge, wie die Andi vorbeilaufend angucken, wie so Autos Junge, die Dich jetzt, oder? Gute Arbeit, Black Ops Ich hab keine Ahnung mehr gehabt, was ich machen soll Ich war verloren Wieso hat denn der Bot nicht mal K-Fan Ich finde das auch mal gern Junge, kommen sie auf immer wieder welche von den Fangen wir jetzt in drei Stück Zack Einfach Gangbang Scheiße, Alter Neutralisiert das Ziel Neutralisiert das Ziel Neutralisiert das Ziel Los, wo neutralisiert Brune bei meinem Signal einsetzen Schnell, keine Rakete heute Oh Hallo Hallo Ich... Oh ne Ich sag da einfach nichts zu Ich geh gleich negativ, Alter Das ist die dritte Runde in Folge, wo ich einfach nur Ekelhaft verrecke Neutralisiert das Ziel Wissen Was ist der Wissen Das ist der Luk Die Die hallo okay keine Physixies, keine Physixies, das wird nix nur noch ein feindlicher Soldat bleibt in der Zone, wir machen das gleich nochmal ja mal gucken ob ich jetzt mal wieder 1 0 0 wird mal wieder Zeit, darfst du oh muss nicht oh Flo, ich bin nicht so dumm hallo Hitmarker oh Gott Digger, wirklich ich weine gleich ich weine einfach nur die Nutte läuft seit 5 Minuten vor mir weg hallo rechts bei B rechts bei B hier rechts bei B das ist gut, hast du gut geblockt oh ne du schaffst das Flo, ich muss äh ich wüsste wie's quärenden ich glaub der holt dich Bruder den musst du durchziehen nochmal, dann können wir nach Hause der wollte auch immer der wollte auch immer ist wie es ist ich hab gesagt, kann sein, dass ich gleich noch kurz aufhoben sicher das ziel ah bombe erlangt denn das sind wir hier oh wir sind acht Leute ja acht Leute Digger da sind wir sechs Gegner wir sind acht Leute oh man ah ah besser ist das Moin Einsatzgebiet befriedet Regierungsstreitkräfte tragen den Sieg davon auf 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 wir sollten vielleicht weniger einfach so dumm reinlaufen das ist vielleicht das das problem und was habe ich jetzt gedrückt mit hinter das war nicht klug auf anzuheizen die die hihihi so ich werde diesmal vorsichtiger spielen doch schweiß hab ich überhaupt noch einen Huni alter schweiß hab ich überhaupt noch einen Huni alter schweiß ja doch junge iiii wer bist du denn ah ne ist es gar nicht du deswegen sieht diese scheiße aus hehehehe schweiß die standen jo wo warte ich treff gleich schweiß die runde haben wir gewonnen aber wir sind noch nicht fertig verteidigt die ziele wieso ist da noch nicht da das ist ne gute frage ich brauche eine drohne über uns ich meine meines erachtens nach dürfte es halb neunze nein 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 ni nein nein Dave du machst das oh man ich hab´ gehört du kennst dich mit 1vs6 aus daß die bots hochgestellt du ass euhh heyij komm ist ja nicht so als wenn die jetzt auf lernen oder so oh also alles gut es ist halt tatsächlich die zweite stufe ja das ist schon eine Stufe zu hoch ja mir hat scheinbar was mach ich da denke ich war so überfordert man ausruhen und neu gruppieren wir müssen noch mal ran und bleiben der alte sieben Minuten zu spät der Junge Junge Eternal zerstört die Ziele ticker ticker ja den habe ich gerade zufrieden äh hallo der war doch drauf Mist geworden man wir verlieren das du verlierst das ich ich habe das so nicht gewollt war gut erfordert du sie müssen ordentlich spielen um unter Voraussetzungen wie wenn Gegner schießen ja viel Spaß okay Dave komm wie wärs ja ist auch tot wir gehen jetzt auf ein comeback wir machen das wir machen jetzt ein comeback komm wir werden geben steht 13 so schon wieder lächerlich fast gestorben so aber den nimm den ab den habe ich so spüttel nicht nur noch ein feindlicher soldat nein ich will den ausgaben das wollte ich auch mach das nochmal dann können wir nach hause 2 3 komm komm die machen wir fertig die haben keine chance die haben keine chance da sind wir dabei jo ne du machst das schon ach du scheiße in 1v6 also Dave wir können das gewinnen wenn wir jetzt drei runden hintereinander gewinnen kriegen wir hin oder ich weiß ja nicht ich auch nicht bombe erlangt scheiße wir haben glaube ich die hälfte der Punkte von der Gegner wir haben wir haben wir haben wir haben wir die outplayed ich bestell ja auch zufällig ich bestell ja auch zufällig ha ha huu boh der Leiche hast du gegeben ja man guck ich nicht mehr noch scheiße ach ja das ist ein knappes Ding hier es ist einfach nur schee hier das ist einfach nur schee hier kommando datenverbindung zur drohne herstellen was macht der da 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 oh oh lass mich hier rüber drohne verfindbar für aufgaben ich höre doch selbst hier ja blu ich meine nicht bei blu ich bin bei b aber blu oder äh die sind beide graves hä ah traf ist einen hab ich hab die toten hast du gesagt hab den toten echt ja aber auch so mit voll mit voll mit anhalte hab den toten ja ich hab den getötet während er umgefallen ist von dir oh man doppelt hält besser sagste ja stop stop ist 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 gut los seit 16 Jahren bei 1 zum 1 so was brauche ich denn dort schon guck dir jemand hätte er geschossen und wäre so richtig geflogen wechseln den Sammelpunkt das ist unentschieden ne 4-4 huli schön ja ja wir haben die bombe jetzt heißt es nicht sterben nicht sterben jetzt Flo bitte ich sagte ich sterbe du nicht als ich äh mich erschrocken hab fast gestorben ich hab nie gedacht ich bin so ein dreckiges Stück Scheiße ich werd so hoch genommen ich ging mir aber durch der hat mich geholt der hat mich eisgall geholt und dann ging ich scheiß Soldaten verlieren oder selten aber ich weiß nicht was äh heißt regular keine ahnung was das ist kein Plan mehr ist denn immer noch zwei es ist nur noch ein feindlicher Soldat übrig ist ja A oder B 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 ich mach mich gleich kalt bei euch sieht das so leicht aus sehr schön das war close ich hatte schon Angst vor dem letzten also an antworten mir doch einfach kurz ich ich mach jetzt